Sie sind hier, 12. November 2018, 12.49 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Anna Seidel lief beim Weltcup in Salt Lake City auf den zweiten Platz-Urheberrecht Der T-Images Anna Seidel läuft in Salt Lake City haarscharf an ihrem ersten Weltcup-Sieg vorbei. Die 20-Jährige ist dennoch super zufrieden. Deutschlands Top-Short-Trackerin Anna Seidel ist beim Weltcup in Salt Lake City haarscharf an ihrem ersten Weltcup-Sieg vorbeigelaufen. Die 20-Jährige blieb im Ziel-Sprint über die 1.000 Meter dreitausendstel Sekunden hinter Alizon Charles aus Kanada, ich bin super happy. Ich war noch nie in der Situation, die Nummer 1 anzugreifen. Deshalb bin ich mit Silber hochzufrieden. Und es ist noch Luft nach oben, sagte Seidel zu ihrer ersten Podiumsplatzierung in dieser Saison. Die Dresdnerin hatte auch schon beim Weltcup-Hauftakt in Calgary in der Vorwoche überzeugt. Nächstes Ziel ist der Weltcup in Almaty, 7. bis 9. Dezember. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 utan berat zu unterschreiben. Handratos Abonn edu im Inzuelle